Ist das etwa das Ende seiner Musikkarriere? Justin Bieber, 24, scheint zuletzt viele Projekte auf einmal bewältigen zu wollen. Neben den Hochzeitsvorbereitungen für die Zeremonie mit seiner liebsten Heli, 22, vergnügt sich der Popstars jetzt auch mit Mode. Er designte kürzlich besonders schicke Hausschuhe. Doch das ist nicht das einzige Gerücht, das auf ein Ende seiner musikalischen Laufbahn hindeutet. Justin veröffentlicht angeblich ein Gretis-Hits-Album. Noch hat der Kanadier diese freudige Nachricht nicht mit seinen Fans geteilt. Doch die japanische Instagram-Seite des Plattenlabels Universal hatte jetzt einen Spoiler parat. Sie veröffentlichen ein mehrteiliges Portraitbild des Sorry-Interpreten, auf Damm auch ganz fett die Worte The Best Prankten, auf Deutsch das Beste. Genügend Material dürfte der Sänger für ein solches Werk definitiv haben. Schließlich veröffentliche er bisher vier Alben und kreierte mit diversen Künstlern unzählige Hits. Dabei soll doch eigentlich nicht nur eine Rückschau seiner größten Erfolge, sondern auch ein neues Album geplant gewesen sein. Ein Insider verrät Hollywood live zuletzt noch. Er kann es einfach kaum erwarten, neue Musik herauszubringen und ein großartiges Jahr 2019 mit seiner Braut an seiner Seite zu haben. Was meint ihr, hängt Justin wirklich seine Karriere an den Nagel? Stimmt im Voting ab. Spieleank instrument fotografiere. Spieleank.